Der Apfelsommer 2018 beschert uns ein Apfeljahr wie noch nie. Daher hat der Golfclub in Bad Waldsee sich entschlossen, die Bälle der Golfspieler einzusammeln und die Äpfel als Ballersatz auszuliefern. Und es wird angenommen, die Abschläge passen, eingeloggt wird ohne Ende, wie ihr seht, und die Äpfel sind dabei. Jeder bekommt zehn Äpfel in der Saison jetzt am Schluss und kann dann einlochen und damit auch auf die Driving Range. Wer erst den Apfel nach dem dritten Abschlag einlocht, muss zur Strafe seinen Apfel essen. Manche kommen da so auf circa 70 Äpfel am Tag. Der Stuhlgang ist gesichert und der Spaß auf dem Golfplatz war es auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017